Unsere zweite Reise durch Myanmar beginnt wieder in Yangon. Nach circa 15 Stunden Anreise treffen wir gegen 19 Uhr in der ehemaligen Hauptstadt des Landes ein. Da wir von der Anreise schon recht hungrig sind, gilt unser erster Besuch unserem Stammlokal in Myanmar, dem Denny. Alles ist genauso wie bei unserem ersten Besuch in Myanmar vor einem Jahr. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass das Essen genauso gut schmeckt wie vor einem Jahr. Gut gestärkt kehren wir zurück in unser Hotel, das Park Royal und bewundern den abendlichen beleuchteten Pool. Dann heißt es schlafen gehen, denn morgen hat Nuhe, unsere Reiseleiterin und Freundin, einiges mit uns vor.